Musik 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 Ich habe kein Lernrecht von ihr. Musik Ja, liebe Damen und Herren der Ratsversammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Oberbürgermeisterin, liebe Simone Lange, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, sehr geehrte Flensburgerinnen und Flensburger im Livestream und im offenen Kanal zu Hause im Empfang, liebe Gäste, liebe Vertreter der Presse und auch liebes Team vom offenen Kanal und von NotzDigital. Hiermit begrüße ich Sie sehr herzlich bei bestem Frühlingswetter zur 35. Sitzung der Ratsversammlung. Die Einladung wurde am 16.03.2022 veröffentlicht. Der Hinweis auf die amtliche Bekanntmachung wurde in Flensburg-Avis und im Flensburger Tageblatt veröffentlicht. Die Sitzung wird live vom offenen Kanal Flensburg und außerdem auf www.flensburg.de von NotzDigital als Livestream übertragen. Die Schriftführung hat wieder dankenswerterweise Ratsfrau Cynthia Kieners übernommen. Ich eröffne hiermit die 35. Sitzung der Ratsversammlung. Entschuldigt fehlen die Ratsherr Timo Schwendke, Ratsherr Roland Hartmann und Ratsfrau Gabriele Stappert von der CDU sowie Ratsfrau Barbara Kauen von der SPD. Etwas verspätet haben sich angekündigt Ratsfrau Marlene Langholz-Kaiser und Ratsfrau Katja Klausen, beide von Bündnis 90 die Grünen. Unabhängig davon stelle ich fest, dass die Ratsversammlung beschlussfähig ist. Wir haben immer ein paar Hinweise, bevor wir in die Tagesordnung eintreten. Erstens der Hinweis auf die Durchführung einer digitalen Sitzung nach Paragraf 35a der Gemeindeordnung. Ich bitte für einen geordneten Ablauf um sorgfältige Beachtung des Handlungsleitfadens für die Teilnahme an digitalen Gremiensitzungen und verweise dabei ganz besonders auf die Regularien für die Nutzung der Chatfunktion und das Abstimmungsprozedere. explizit weise ich alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf ihre Rechte und Pflichten und hier insbesondere auf die Verschwiegenkeitspflicht hin. So haben Sie bitte sicherzustellen, dass während der nicht öffentlichen Sitzung keine weiteren Personen in ihrem Umfeld die digitale Sitzung optisch und akustisch mitverfolgen können. Ja und auch heute haben wir eine Neuverpflichtung. Wir verpflichten Herrn Gerd Bormann-Erichsen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Leider wieder mal nicht in Präsenz möglich. Er war eben schon bei mir. Den Schlips habe ich ihm schon übergeben können. Wir haben auch schon ein paar nette Worte gewechselt, aber die Verpflichtung steht noch aus. Die geht nur in diesem Rahmen, im Rahmen der Ratsversammlung. Und ich spreche jetzt folgenden Text, Herr Bormann-Erichsen. Ich verpflichte Sie nach § 33 Absatz 5 der Gemeindeordnung auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheiten und führe Sie in Ihre Tätigkeiten ein. Gleichzeitig begrüße ich Sie herzlich als neues Mitglied der Ratsversammlung und hoffe, dass wir uns dann demnächst in diesem Format auch in Präsenz treffen werden. Ich wünsche Ihnen einen guten Start, viel Erfolg und alles Gute bei uns. Dankeschön. Herzlich willkommen. Sie sehen, viel Applaus. Dann kommen wir zur Änderung der Tagesordnung. Zum Thema Umbesetzung unter Top 8 wird um eine Besetzungsvorlage ergänzt, die RV 36 2022. Hier geht es um eine Besetzung des Schulweiterwahlausschusses, die Friedholzschule betreffend. Und der Bericht zur Lage der dänischen Minderheit, die Vorlage RV 31 2022 unter Top 10 wird erst in der kommenden Sitzung der Ratsversammlung beraten und daher von der Tagesordnung genommen. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend und das gleiche gilt für den Tagesordnungspunkt 14 alt. Da handelt es sich um die Vorlage RV 24 2022, Änderung der Fernwärmesatzung. Auch diese ist heute von der Tagesordnung genommen worden und verschoben worden. Wie gesagt, die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich dann entsprechend. Mit diesen kleinen Änderungen frage ich, ob es Einwände gegen die Tagesordnung, wie eben dargestellt, gibt. Wenn ja, dann bitte ich um Anzeichen oder Wortmeldung. Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so wie vorgetragen und vorgelegt angenommen. Vielen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 2, Bekanntgabe der nicht öffentlich gefassten Beschlüsse der letzten Sitzung. Hier kann ich nur feststellen, dass im nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung keine Beschlüsse gefasst wurden. Tagesordnungspunkt 3, Einwohnerfragestunde. Dort liegen diesmal keine Anträge vor. Das gleiche gilt für Tagesordnungspunkt 4. Die aktuelle Stunde, auch hier sind keine Themen angemeldet. Tagesordnungspunkt 5, Einwendung gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 34. Sitzung vom 24.02.2022. Liegen mir bisher nicht vor. Ich frage, ob es an dieser Stelle noch Einwände gegen die Niederschrift in der vorliegenden Fassung gibt. Auch das ist nicht der Fall. Dann wird auch abgesegnet. Vielen Dank. Damit kommen wir schon zu Tagesordnungspunkt 6, Mitteilung der Stadtpräsidenten. Ja, ich möchte gerne nochmal auf den, gerne nicht, aber an dieser Stelle ist nochmal, denke ich, angebracht und angemessen, nochmal auf den Ukraine-Konflikt-Krieg einzugehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere letzte Ratsversammlung ist genau vier Wochen her. Sie fand in diesem Format am 24.02.2022 statt. Das war der Tag, an dem Putin mit seinem breit angelegten, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Das war der Tag, an dem wir alle fassungslos, entsetzt und schockiert zur Kenntnis nehmen mussten, dass fast 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein einzelner Aggressor mitten in Europa einen nicht mehr vorstellbaren Krieg entfachen und damit die geopolitische Struktur Europas ins Wangen bringen konnte. Und das war der Tag, an dem wir in der Ratsversammlung dem tapferen ukrainischen Volk gedacht und ihm unsere uneingeschränkte Solidarität bekundet haben. Heute, vier Wochen später, herrscht immer noch Krieg in der Ukraine und ein Ende ist nicht abzusehen. Im Gegenteil, der unerbittliche Krieg wird immer brutaler und fordert Tausende Tote und Verletzte. Er trennt und zerreißt viele Familien. Putin macht auch vor der Zivilbevölkerung nicht Halt. Sogar Gesundheitseinrichtungen werden bombardiert. Ganze Städte sind zerstört. Vielerorts gibt es keine Heizung, kein Strom und kein Wasser mehr. Und Nahrungs- und im weitesten Sinne Lebensmittel werden knapp. Die Not und das Leid der ukrainischen Bevölkerung sind trotz aller bestürzender Bilder und ergreifender Berichte für uns einfach unvorstellbar. Millionen Menschen, vorrangig Frauen und Kinder, suchen ihr Heil in der Flucht. Täglich kommen mehr als 10.000 in Deutschland an. Auch in Flensburg sind bereits fast 500 Flüchtlinge registriert. Und das wird voraussichtlich nur der Anfang sein. Das stellt uns vor erhebliche Herausforderungen in vielerlei Hinsicht. Dazu wird zugleich unsere Oberbürgermeisterin Simone Lange näher ausführen. Meine Damen und Herren, mitten in Europa kämpft ein freies Land tapfer nicht nur für sein Recht auf Selbstbestimmung und seinen Frieden, sondern damit auch für den Frieden in Europa. Ich zitiere aus und folge gerne dem im gestrigen Flensburger Tageblatt publizierten Aufruf des Konsularkorps Schleswig-Holstein an den russischen Generalkonsul in Hamburg. Alle Menschen haben ein Recht auf Frieden, freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit. Putins Krieg ist ein Angriff auf Demokratie und Freiheit, nicht nur in der Ukraine, sondern in der ganzen Welt. Es kann kein freies und sicheres Europa ohne eine freie und unabhängige Ukraine geben. In diesem Sinne lassen Sie uns weiterhin solidarisch an der Seite der Ukraine stehen und unsere Aufnahme, Hilfs- und Integrationsbereitschaft sowie unser Mitgefühl mit der ukrainischen Bevölkerung mit einem kurzen Gedenken bekunden. Flensburg steht fest an der Seite der Ukraine und ist ein sicherer Hafen für Schutzsuchende. Vielen Dank. Und damit möchte ich überleiten zum Tagesordnungspunkt 7, wo Oberbürgermeister Simonin Lange, wie angekündigt, etwas Näheres zum Sachstand, zur aktuellen Lage in der Ukraine-Situation, insbesondere zur Flüchtlingslage hier in Flensburg, sagen wird. Liebe Simonin Lange, du hast das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der Ratsversammlung, lieber Hannes, vielen Dank für deine Worte. Und ich möchte in der Tat ergänzen, weil wir heute auf den Tag genau einen Monat nach dem Beginn des Angriffskrieges stehen. Seit vier Wochen arbeiten in Flensburg ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und das Hauptamt im Dauereinsatz. Wir haben in den letzten vier Wochen Unterkünfte geschaffen, Menschen versorgt und alles getan, um die hier Ankommenden gut zu empfangen. Denn die Massenzustrom-Richtlinie, ein schwieriges Wort, aber mit einem guten Inhalt, gewährleistet es den Menschen, die vor Krieg fliehen, erst mal auf doch relativ einfachem Wege zu uns zu kommen. Wir haben sie in den letzten Wochen alle miteinander, ob sie alleine individuell zu uns gekommen sind oder in Gruppen, ob sie uns zugewiesen worden sind, wie auch immer, herzlich willkommen geheißen. Ich möchte deshalb stellvertretend an dieser Stelle vor allem dem Ehrenamt danken und stellvertretend einmal anführen, dass ich allen, die vom THW oder dem DAK, dem Stadtfeuerwehrverband, der Flüchtlingshilfe, Wynn Weiche, den ehrenamtlichen Dolmetscherinnen und Dolmetschern und allen Helferinnen und Helfern, die seit vier Wochen in Flensburg oder außerhalb von Flensburg für die Menschen, die dem Krieg flüchten, da sind, ganz, ganz recht herzlich danken. Ich möchte meinen Dank aber auch aussprechen, den eigenen Kolleginnen und Kollegen, die seit vier Wochen im Dauereinsatz sind und stellvertretend für alle fünf Bereiche nennen, nämlich die Kolleginnen und Kollegen im Einwanderungsbüro, die Stabstelle Integration, die kommunalen Immobilien, das Gesundheitshaus, Feuerwehr und Rettungsdienst und die IT-Abteilung. Alle arbeiten im Moment diese großen neuen Herausforderungen on top ab. Wir werden aber diese neuen Aufgaben nicht einfach mitbewältigen können. Und der Verwaltungsvorstand hat sich deshalb Gedanken darüber gemacht, wie wir in guten Strukturen und mit gut eingeteilten Ressourcen diesen Aufgaben auch längerfristig gut entgegenstehen können. Wir gehen davon aus, dass uns diese Aufgabe mindestens in den nächsten drei Jahren gestellt ist. Und wir haben deshalb vor, uns für die nächsten drei Jahre gut zu organisieren, indem wir eine eigene Organisationseinheit aufbauen und als Zentralstelle für alle Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit den Kriegsfolgen stehen, dort koordiniert werden. Wir werden in den nächsten Tagen diese Zentralstelle, diese neue Organisationseinheit ausgestalten und ihnen der Politik vorstellen. Dort sollen alle Aufgaben, die mit der Aufnahme von Schutzsuchenden in Zusammenhang stehen, koordiniert werden, um sie im zweiten Schritt in unser Regelsystem, in unsere Stadtverwaltung zu integrieren. Wir stehen nach Ende des Zweiten Weltkrieges vor einer Herausforderung, die noch keiner von uns oder unserer Generation hat bewältigen müssen. Wir selbst gehen davon aus, dass wir hier nicht in einem Marathon unterwegs sind, sondern eher in einem Ironman. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir, das große Team der Stadtverwaltung, sehr bereit sind, diesen Ironman aufzunehmen. Wir begreifen uns hier tatsächlich als großes Team. Wir haben heute in einer fast zweistündigen Sitzung mit dem Personalrat auch in dieser Weise uns ausgetauscht, weil wir uns einig darüber sind, dass wir eins immer beachten müssen. Hinter jeder Kollegin oder in jeder Kollegin an jedem Arbeitsplatz sitzt auch nur ein Mensch. Und die Menschen unserer Stadt bewegt dieser Krieg auch in der Weise, dass viele Menschen Angst verspüren. Und viele Menschen spüren, dass dieser Krieg so nah an uns rangekommen ist, wie kein anderer zuvor. Es geht also mehr als nur um die Aufnahme von Geflüchteten. Es geht darum, die gesamte Stadtbevölkerung und auch uns alle gut im Blick zu behalten. Wir werden auch mit Ihnen, mit Euch, mit der Kommunalpolitik gemeinsam in eine Schwerpunktsetzung eintreten müssen. Wir können nicht zum Alltag übergehen. Es beschreibt sich gerade ein neuer Alltag für uns. Hannes Furich hat es angesprochen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Aufnahme der 500 Geflüchteten, die wir bis jetzt aufgenommen haben, nur ein Anfang ist. Aktuell und in Abstimmung mit der Landesregierung richten wir uns auf die Aufnahme von 1.000 Menschen ein. Möglicherweise werden es noch mehr. All diese Menschen brauchen ein Zuhause, medizinische Betreuung, Bildungs- und Betreuungsangebote, Beschäftigung. Wir tun dies im Sinne, eine Stadt zu sein, eine Stadt der guten Nachbarschaft. Denn all diese Menschen werden unsere neuen Nachbarn sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Geflüchtete anderer Länder nach wie vor zu uns kommen. Dass wir eine Aufnahme auch anderer Asylsuchender in unserer Stadt nach wie vor täglich erleben. Wir haben es geschafft, einige Unterkünfte für uns zu erschließen. Im Moment sind untergebracht in der Jugendherberge 94 Personen. In der Grafzebelinstraße 115 Personen. Im Friedensweg 222 Personen. Dezentral, also in Privathaushalten untergebracht, sind ungefähr 80 Personen. Wobei wir hier vermuten, dass es noch mehr sind, die vielleicht den Weg zur Registrierung noch nicht gefunden haben. Ein Drittel, und das setzt sich in der Aufnahme der Menschen fort, ein Drittel der Geflüchteten, die zu uns kommen, sind Kinder. Viele kleine Kinder. Und wir spüren auch, dass jetzt mit jeder Woche auch die Menschen, die zu uns kommen, erschöpfter sind. Also auch der Zustand der Menschen, der zu uns kommt, wird sicherlich mit jeder Woche, die der Krieg ins Land zieht, auch möglicherweise schlechter werden. Wir haben durch diese vielen neuen Aufgaben einen unglaublichen Personalbedarf. Im Ehrenamt, aber auch im Hauptamt. Ich möchte beispielhaft benennen, dass wir schon jetzt durch die aktuelle Situation im Bereich Ordnungsverwaltung und Einwanderungsbüro den Bedarf von acht zusätzlichen Personalstellen haben. Wir haben uns deshalb entschieden, Ihnen in der Mai-Sitzung einen Nachtragshaushalt vorzulegen, den wir bis dorthin vorbereiten und ausgestalten werden. Wir werden mit Ihnen, mit der Politik, darüber diskutieren müssen, wie wir unsere Ressourcen aufteilen, welche Ressourcen wir gewinnen müssen, um dieser Situation auch entsprechend gut und fair zu begegnen. Wir haben dabei beides im Blick. Das Hauptamt und das Ehrenamt. Das ist mir noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir arbeiten in unserer Stadt partnerschaftlich zusammen. Alles geht Hand in Hand. Vieles ist im Moment unter dem Stichwort 24-7 zu betrachten. Jeder ist jederzeit erreichbar. Und hier gemeinsam auch einen Blick auf die Menschen zu haben, die das tun, ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, weil auch hier wir eine Fürsorgepflicht gegenüber allen haben. Henning Brückemann möchte noch zwei, drei Worte zur Haushaltssituation sagen, sodass ich die Mitteilung der Oberbürgermeisterin einmal heute gesplittet habe und Henning noch eben das Wort übergeben möchte. Vielen Dank erst mal, Simone. Ich würde noch mal kurz eingeritzen. Ich möchte sehr danken, dass du den aktuellen Sachstand quasi im Gesamtkontext eingeordnet hast und wichtige Einzelaspekte und Aufgaben angesprochen hast. Ich denke, dass es sehr wichtig ist und das wird uns auch gelingen, dass wir einen engen Schulterschluss sowohl zwischen Verwaltung und Politik als auch zwischen Haupt- und Nebenamt hinkriegen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz, ganz herzlichen Dank sagen an alle, die jetzt haupt-, nebenamtlich oder wie auch immer sich mit ihrer Hilfsbereitschaft und mit ihrer Arbeits- und Tatkraft einbringen, um diese herausfordernde Situation möglichst gut in den Griff zu kriegen. Wir haben ja hiermit einen Tagesordnungspunkt, der normalerweise auch nicht groß für Aussprache und Diskussion vorgesehen ist, aber ich denke angesichts der ansonsten nicht allzu anspruchsvollen Tagesordnung und dass wir da auch ein bisschen Zeit haben, dass wir durchaus, wenn anschließend noch Fragen oder Diskussions- oder Aussprachebedarf ist, dem dann auch gerne erst mal stattgeben. Bevor wir das aber tun, übergebe ich dann erst mal das Wort an Henning, Bürgermeister Henning Brüggemann für die finanzielle Seite, für die Finanzseite. Vielen Dank, Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Natürlich machen wir uns auch Gedanken, was heißt das denn fiskalpolitisch, finanzpolitisch für uns, auch für die Zukunft der Selbstverwaltung? Weil wir sind ja jetzt auch mit einer Situation konfrontiert. Ja, es ist wieder eine Krisensituation, ist uns nicht neu. Wir hatten die Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008, die Migrationsbewegungen 15, 16, Thema Corona. Die Krisen sind teilweise auch verbunden mit einer persönlichen Betroffenheit, gerade auch bei Corona. Über dem schwebt irgendwie dann auch das Thema Klimakrise nicht ganz so konkret. Aber all diese Krisen, diese Szenarien haben unserer alltäglichen Normalität keinen großen Abbruch getan. Wir haben irgendwie es schon auch geschafft, so weiterzuarbeiten, wie wir es gewohnt haben. Wir haben in dem Zusammenhang auch noch andere Aspekte mit weggeatmet. Das Thema Zensus war dann irgendwie kein Problem. Wir haben Qualitätsoffensive im Kita-Bereich hinbekommen. Wir haben das Thema Liegenschaften mit einem anderen Schwerpunkt versehen. Mit der Folge, dass wir zwar in unserem Haushalt Defizite haben. Ja, zumindest aufgelaufene altfähige Beträge in den letzten 15 Jahren. hat sich aber diese Haushaltslage letztendlich nicht richtig verschlimmert. Wir haben unsere Defizite, ja. Aber eine Verschlechterung gegenüber 2007, 2008 hat insgesamt nicht so stattgefunden. Was auch zeigt, dass wir es hier auch mit einer sehr leistungsfähigen Verwaltung zu tun haben. Die Selbstverwaltung funktioniert. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir hatten Konsolidierungsrunden. Wir haben eine massive Unterstützung vom Land bekommen. Ich denke da an die Konsolidierungshilfe, aber auch die Unterstützung vom Bund und Land im Zusammenhang mit Corona. Und das muss man auch immer wieder betonen, wir schwammen bundesweit und auch hier in Flensburg auf einer sehr hohen, auch konjunkturellen Welle. Manche Themen waren mühselig, manche Themen kontrovers, manche nicht zur Befriedigung aller gelöst. Aber irgendwie gehörte das alles zu unserer Normalität. Es ging irgendwie weiter. Wir sind in unseren Routinen, in unseren Selbstverständnissen drinnen, wo wir sagen, ja, immer mehr Aufgaben, es muss immer mehr Themen geben, die wollen wir bespielen. Die Bedarfe sind auch unterschöpflich. Und damit bin ich so ein bisschen bei so einem Gefühl, was ich habe, vielleicht sind wir mit dem Krieg in der Ukraine angekommen bei einer Zäsur. Zäsur, das ist erst mal so ein bisschen als These in den virtuellen Raum reingeworfen. Ob es denn wirklich eine Zäsur ist, das werden erst die nachfolgenden Generationen bewerten können. Aber Zäsur, ja, was nehme ich wahr? Ich nehme wahr, ein Haushalt, der auch in den nächsten Jahren defizitär ist. Und wenn wir ins Weiter so gehen, werden wir die ausgewiesenen Defizite bei uns im Finanzplanungszeitraum noch übersteigen. Das ist etwas, was zumindest aus meiner Sicht durchaus bedenklich ist. Was nicht ganz so bedenklich ist, beziehungsweise wo wir stolz drauf sein können, ist, dass wir in den letzten sechs Jahren unser Investitionsvolumen verdreifacht haben. Das ist positiv, weil es zeigt, dass unsere Investitionsprojekte eine Umsetzungsreife haben, die jetzt auf die faktische Umsetzung harren. Parallel dazu steigt aber auch die investive Verschuldung an, wo wir unsere Konfliktlagen mit der Rechtsaufsicht haben. Und ich gucke an, wir haben ein Investitionspotenzial, das wir finanziell definieren, was wir aber auch vor dem Hintergrund unserer Personalkapazitäten definieren. Und was zum jetzigen Stand noch deutlich überbucht ist. Das heißt, das wird eine Aufgabe sein, in den nächsten Monaten das Thema Bedarf und faktische Umsetzungsmöglichkeiten ineinander zu bringen. Wir haben ganz, ganz viele kommunale Themen, die wir alle irgendwo im Hinterkopf haben, die wir befragen, hinterfragen können, was wollen wir davon. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch nochmal, weil das ist für mich eigentlich so ein Aspekt, der mir auch immer deutlicher wird, das Thema Klima, Klimakrise bemühen. Weil wir sind konfrontiert mit der Energiewende, momentan noch gedrückt durch das Klimaschutzgesetz, was uns umzwingt, die Energieerzeugungsanlagen umzubauen. Wir haben das Thema Verkehrswende. Da sind wir bei der Thematik Dekarbonisierung der Mobilität. Da gucken wir auf unsere Töchter, Busflotte und Betriebshof. Aber da haben wir plötzlich auch wieder eine neue Diskussion, die möglicherweise bei uns im Haushalt landet. Wir haben insgesamt das Thema Vorbereitung auf den Klimawandel, wo wir gucken, wie kriegen wir da auch unsere Infrastruktur so hergerichtet. Beispielsweise das Thema Fensburg-Strategie 2013. Wir denken in Richtung nachhaltiges Bauen in der Quartiersentwicklung. Das sind alles Themen, die momentan noch sehr schleichend in unser Bewusstsein drängen, zumindest was die Konsequenzen betrifft, wenn wir uns dem nicht stellen. Das sieht man beispielsweise an den Wetter- und Umweltphänomenen, gerade auch hier in Deutschland. Und das sieht man auch an einer CO2-Steuer, die wir jetzt haben, die aber nur schleichend zu einer Preiserhöhung bei Wärme, Energie und Mobilität vorführen würde. Dieses Führen würde aber ganz bewusst im Konjunktiv. Denn plötzlich ist es angesprochen worden durch den Stadtpräsidenten, durch die Oberbürgermeisterin, seit vier Wochen, sind wir mit einem Schlag in eine andere Normalität reingetreten. Wir sind nicht nur konfrontiert mit einer humanitären Katastrophe, deren Abfederung eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe der nächsten zwei, drei, vier Jahre sein wird. Wir, mit uns oder uns wird mit allem auch deutlich, wie abhängig wir alle von den fossilen Energieträgern sind. Die Preissteigerungen, die tun richtig weh, nicht nur in unseren Privatporten, auch unser städtischer Haushalt ist massiv beansprucht. Und wir sehen mit einem Male, dass unser Wohlstand hier in Deutschland subventioniert ist oder wird durch die fossilen Energiepreise, die nicht nur auf einem Ökodumping, sondern auch auf einem politischen Dumping in Bezug auf die kriegstreitenden Autokratien basieren. Das heißt, wir werden plötzlich konfrontiert mit Preisen, wo wir versuchen, uns davon zu emanzipieren. Und das geht massiv in die Höhe. Wir sehen auch in einer bundespolitischen Diskussion, wie schwierig es ist, das humanitär Richtige zu tun, wenn dadurch die Belastungen bei uns zunehmen. Wir, das mussten wir eingestehen, sind abhängig, noch abhängig vom Gas, auch hier in Flensburg. Und das wird uns als Stadtgesellschaft deutlich. Wir sehen mit einem Mal, aber auch, dass das schnelle Umsteuern in der Energiebeschaffung, in Richtung CO2-Neutralität und damit in Richtung wirtschaftliche Unabhängigkeit von despotisch geführten Staaten eine unglaubliche Aufgabe sein wird, die uns überfordern wird, wenn wir bei dem Weiter-so-bleiben, wenn wir in unseren Routinen bleiben. Und das führt mich zu dieser These der Zäsur, weil ich glaube, dass wir unser auf fossilen Energieträgern, fußendes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem schnellstens und nicht erst schleichend bis 245 durch ein besseres ablösen müssen. Aus ökologischen Gründen, aus sicherheitspolitischen Gründen und letztlich auch aus humanitären Gründen. Und nun kurz noch zurück zu der profanen Finanzpolitik. Wir sehen, dass die Rahmenbedingungen für unsere Aufgaben Erledigung in der Selbstverwaltung, die Rahmenbedingungen für den Haushalt nicht so richtig gut sind. Da ist der Ukraine-Krieg, der, wo wir einen wirtschaftlichen Eindruck erwarten, der Begriff der Stagflation macht die Runde. Wir sehen die steigenden Preise. Wir sehen die Unsicherheiten bei der Zinsentwicklung. Wir sehen aber auch als städtischer Auftraggeber, dass alles teurer wird. Energie, Baupreise, sonstige Beschaffungen. Aber wir haben aber auch die ganz akuten Aufgaben, die gerade schon skizziert wurden. Wohnraum, Thema Integration, Bildung, der Katastrophenschutz wird eine zunehmende Bedeutung bekommen. Wir haben aber auch die Verantwortung für die soziale Abwiderung dessen, was da auf uns zukommt. Und dann haben wir aber auch die Hemmnisse, die kommen werden. Die Unterbrechung der Lieferketten weltweit. Nicht nur durch Corona, auch durch den Ukraine-Krieg. Wir haben das Thema Personal, was uns immer wieder beschäftigt und wo wir sehen, Demografie schlägt durch. Wir haben da Probleme. Und das allein kann schon dazu führen, dass wir überfordert werden und wir uns im Klein-Klein unserer alltäglichen Debatten verhaftet sind. Und dann wird plötzlich auch noch das Thema Dekarbonisierung ganz akut. Und das können wir nicht mehr aussitzen. Das Thema wird belastend sein, nicht nur für unseren Haushalt, auch für die Flensburgerinnen und Flensburger. Die Diskussion führen wir bereits. Meine These ist, dass wir diesen Herausforderungen nicht gerecht werden, wenn wir weiter in einem Denken verhaftet sind, das alles ermöglichen soll, das keine Priorisierungen vornimmt, das noch mehr Aufgaben definiert, das noch mehr Bedarfe definiert, das definiert, dass es nichts kosten darf und das alles sofort passieren muss. Und dass diese Probleme dann irgendwie nur abgeladen werden, irgendwo im Finanzausschuss, das greift aus meiner Sicht dann für unser Selbstverständnis dann irgendwie auch zu kurz, weil das führt schleichend zur Ohnmacht, zum Frust. Und ich glaube, wir werden uns an eine Normalität gewöhnen müssen, wo wir unsere Selbstverständnisse im ersten Schritt hinterfragen müssen. Wir müssen uns mit einem Umdenken beschäftigen und wir müssen gucken, wie wir dann im zweiten Schritt gemeinsam gestalten können. Und da bin ich durchaus auch beim Haushaltsverfahren, wo wir kurz im letzten Finanzausschuss vorgestellt haben, und was wir da denken im Hinblick auf den Doppelhaushalt 23, 24, wo wir gucken, wo liegen unsere Schwerpunkte, was ist wirklich wichtig für unsere Stadtgesellschaft, welche Ebenen der Daseinsvorsorge sind wirklich existenziell. Und da müssen wir aus meiner Sicht schichten. Das Thema Wohnen bekommt eine Bedeutung, das Thema Gesundheit, Bildung, Sicherheit. Das sind die kommunalen Themenfelder, die einen herausgehobenen Status haben müssen. Wir brauchen dann aber auch den Mut, andere Themen zu benennen, die nicht so wichtig sind. Wir brauchen bewusst den Mut zum Verzicht als eine bewusste Entscheidung. Alles zu wollen, wird zur Ohnmacht führen. Die weiteren Schritte, wir haben es dargestellt im Finanzausschuss, wir werden gucken, dass wir im Mai, Simone sprach es an, mit dem Nachtragshaushalt, aber auch mit einem Verfahren für den Doppelhaushalt 23, 24 kommen. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns konzentrieren. Und wir versuchen dann auch mit einem Verfahren, Verfahrensschritten, Ihnen dann auch eine Diskussion, eine hauptsächliche Diskussion zu ermöglichen, die dann auch alle in den Gericht. Vielen Dank. Alter. Gut. Ja, vielen Dank, Bürgermeister Brüggemann. Ich habe es deshalb nicht unterbrochen, weil es schon auch unter anderem dazu gedient hat, Zusammenhänge klarzumachen, einmal innerkommunal, aber auch, ja, das ist im Grunde alles mit allem zusammenhängt. Und insofern war das nicht uninteressant, auch wenn es deutlich über das hinausging, was wir hier unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen eigentlich erwarten und vorsehen. Ich denke, dass sich damit der Geschäftsordnungsantrag von Herrn Rüstemeyer jetzt auch erledigt hat. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Gut, dann hast du das Wort, bitte. Ich beantrage eine Sitzungsunterbrechung für eine Sitzung des Ältestenrats. Gibt es dafür eine Begründung? Ja, die Mitteilungen der Verwaltungsspitze gerade eben. Wir müssen darüber sprechen, wie wir in der Ratsversammlung mit diesen Mitteilungen jetzt umgehen. Das würde ich gerne im Kreis des Ältestenrats beraten. Gut, dann werden wir erst mal alle anderen in den Warteraum stellen müssen. Das wird im Moment dauern. Ich unterbreche die Sitzung der Ratsversammlung bis zum Ende der Ratung des Ältestenrates. Hat er das nicht mehr abgestimmt? Also stellt jemand einen Antrag, würde ich sagen, wird dann abgestimmt oder nicht? Danke, Philipp. Gerne. Ich dachte, wir sind in der Demokratie. Ich meine, das reicht. Bitte das oder auf Antrag eines Mitgliedes des Ältestenrates kann dieser einberufen werden. Und ich würde dem stattgeben wollen. Wir sind jetzt nicht dabei, eine Redeliste zu beenden oder ähnliche Vorgänge, die abgestimmt werden müssten. Also das ist ja ziemlich einfach. Entweder gibt es da Regeln oder nicht. Ja. Auf Antrag eines Mitgliedes kann des Ältestenrates kann dieser einberufen werden. Und ich gebe dem Antrag statt und damit unterbreche ich jetzt erst mal die Ratsversammlung bis auf Weitere. Entschuldigung, Frage zum Verfahren. Wir melden uns alle ab, die nicht zum Ältestenrat gehören, melden uns wieder an und werden reingelassen, wenn er durch ist. Wir stellen alle anderen erst mal kurzfristig in den Warteraum und schalten sie dann wieder zu, wenn die Besprechung des Ältestenrates zu Ende ist. Dann müsste auch die Online-Zuschauerschaft unterbrochen werden, die daran denken. Ja, logischerweise. Danke. 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 Danke.